einmal hier komm jeder durch dieses verdammte missvieh so einmal hier und jetzt einmal nein schon liegt da so hier durch so jetzt komme ich gar nicht auf verdammt dann gehen wir einfach hier durch hier kommen auch nicht durch mal los hier ich will doch nur dahin wo ich hin soll und gleich sollte ich ja alles mitnehmen so aus dadurch da haben wir hier so eine funzel hinstellen nein da oben eigentlich sollst du genau den danke egal auch mal den da kaputt dann gehen wir hier durch zack nein so hier kommen wir jetzt zumindest ein ticken weiter warum haut der denn das ja nicht kaputt haut doch sonst auch diagonal hoch war dann halt hier durch zack das hat dem ratten viel ist aber glaube ich weh getan so hier irgendwo muss ich ah es kommt vielleicht hier wieder durch aber da wieder so ein rattenvieh komme ich jetzt hier den linken da weg natürlich nicht ja hier komme ich aber durch und dann komme ich auch ne 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 hier muss ich hin auf da jetzt bloß nicht nach unten hauen so so ist gut wo kommen wir mich da hin wo wir hin wollen aber das hinnehmen wir noch mit das haben wir ein paar von den Viechern hier nein boah ey doch mal ganz ruhig hauen wir den erstmal weg wa hauen wir doch den da kaputt statt da einfach irgendwie in die falsche Richtung zu hauen ähm da komme ich hier nicht durch ich gehe aber hier runter und dann gehe ich erst auf das Viech zu ja weg weg so dann gehen wir hier rein hey müssen wir mal laufen so rauf da und rennen oh das habe ich jetzt hier gefunden keine ahnung was das für komische Dinger sind aber ich habe sie gefunden bin ich jetzt hier gelandet weg mit dir komisches maden Vieh so komm rauf da nee da komme ich gar nicht rauf wo muss ich denn jetzt hier lang ui ah so das Ding trifft mich die ganze Zeit ey so gehen wir mal hier rauf lassen wir das Ding hier in Ruhe weg mit dir und mit dir auch weg ah weg danke und hier haben wir das bekommen Dampfsprung Technologie erweitert kehre zur Stadt zurück ja rauf da das ist jetzt Dampfsprung ah jetzt haben wir irgendwie Wasser aufgefüllt aber können wir wahrscheinlich damit dann Dampf machen nach unten und B ah so kommen wir dann hoch coole Sache da komme ich auch noch durch also muss ich jetzt ne fühle ich mich jetzt erstmal wieder auf das ist ja echt cool zack haha also kommen wir dann auch wieder diese Stücke hoch und da haben wir Wasser eingesammelt okay und also nicht hacken sondern ne rauf da ja komm schon ne da kommen wir ja gar nicht durch spring doch man ah nicht runterfallen hier brauchen wir ja gar keinen Dampfsprung hier kommen wir ja so hoch zack also sind wir hier wieder beim Eingang wenn ich jetzt hier den Dampfsprung mache ja macht er zwar kaputt bringt aber nicht viel also muss ich jetzt gucken dass ich hier irgendwie wieder zurück finde los uiuiui das war knapp so dann nehmen wir wieder rauf da rauf tja muss ich nur irgendwie da hoch kommen rein ja kein Wasser toll ach wie komm ich denn jetzt da hoch ey äh wieder zurück kann ich jetzt noch nicht Ewigkeiten hier so das Wasser einsammeln nein wobei wer weiß wer weiß was man da an äh was soll ich jetzt sagen da komm ich nicht ans Wasser ran so zack ja kauf da au das Ding weg das auch so gibt mir Petroleum also Licht 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 ja kriege auch nochmal Wasser hier achso ne ich weiß ich brauche Licht bin ja auch falsch gelaufen gerade ne komm ich eigentlich dann vielleicht ist der Sprung zu kurz ja ist klar ey hau weg ja rauf rauf ja hier muss ich ja wieder durchbrechen und rauf da schön das Wasser rein und noch einmal hier tanken zack ne ich muss ja nochmal hier rein raus da warum geht der die nicht raus würde mich hier veräppeln ey nein ah 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 man der springt so komisch weiter nir hat doch hier ist auch Wasser gewesen ich hätte mal vorher gewusst ich muss irgendwie es schaffen da rauf zu kommen man 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 irgendwie besser buddeln will ja einfach nicht schräg nach oben machen ne weiß nicht was das soll aber das andere ist der durch mich zu schießen weiß ich echt nicht es geht nicht man das kann doch nicht sein muss doch irgendeinen weg da rauf finden ich will ich will mich auch nicht hier zack bringt dir auch nichts kommst du nicht weiter da kommst du nicht weiter wenn ich hier aber sehen würde ob das jetzt auch weiter kaputt gegangen ist dann wüsste ich auch ob das die Taktik was bringt ich weiß nicht ob ich mich mal versuchen soll nach unten zu buddeln einen anderen Weg zu finden komm schon da ist ja auch wieder irgendwie eine Höhle das tut doch weh weil hier oben gibt es zumindest Licht hm vielleicht zumindest mal gucken ob das was gebracht hat zack zack ne das ist wieder so wie vorher aber so bringt das Ganze nix du musst doch irgendwie da rauf kommen so hast du mehr gerufen Licht ist aus wenn ich mich jetzt tatsächlich mal selber ähm zerstöre also ich hab jetzt vielleicht den Knopf gedrückt möchtest du dich wirklich selbst zerstören und gegen Gebühr einen Turbleton reparieren im Turbleton reparieren ja game over irgendwie du wurdest zerstört Rapporturkosten 28 Dings läuft wohl immer alles wie geplant aber Cranky hat dich wieder zusammengeschraubt er musste sogar Erstteile bestellen war nicht gerade billig er musste dir eine Rapporturgebühr berechnen ah und alle meine Sachen sind jetzt weg du bist trotzdem runtergegangen du bist so dickköpfig wie dein Onkel der hat dich auch nie etwas hat sich auch nie etwas sagen lassen wäre ich es dir schon nicht ausreden kann kann ich dir auch gleich helfen meine Tochter soll nicht schon wieder die Arbeit eines verschollenen Bergmanns übernehmen wer's darf's denn sein hm weißt du dass meine Laterne länger dann brennt aber ich habe ja nicht genug Knete sag bloß du hast dir noch mehr seltsame Technik gefunden seltsam wie gut dir das passt es war wer's für dich gemacht ok so jetzt sind wir wieder hier und dann haue ich jetzt hier mal auch in ein Loch rein so kommt man nämlich auch da lang und dann ich muss wieder nach oben hm mal kurz Wasser auftanken zack den einen da kann ich aber auch weg machen hier ah hier kommen wir auch durch zack so jetzt sind wir wieder da ähm ja dann gehen wir hier hin die wenig Zeit die Joe über Tage verbracht hat war er in der Bar normalerweise allein hat man seine Notizen herumschrieben diese alte Serviette mit seinen Kürzelein hab ich gefunden sieht fast wie eine Karte aus nicht etwas markiert hat er auch drauf erkunde die Höhle ja müssen wir wieder die Höhle erkunden können wir wieder bei ihr verkaufen ja hab's noch nicht viel aber ein bisschen was können wir wieder hier runter würde ich sagen muss ja eh wieder noch tiefer ok Wasser hat sich auch wieder aufgefüllt was ist denn hier irgendwas habe ich gerade eingesackt also wo ich mich zerstört habe wahrscheinlich ne so ähm ja gehen wir hier weiter so komm tiefer tiefer wir müssen da immer tiefer in unsere Höhle äh Wiener ja wo denn und du gehst weg naja machen wir das so zack hab ich's auch so linken gehen wir kaputt ah Mistvieh so und nach unten kaputt machen da den Marock kaputt zack nein waa nicht mich selber verschrotten lassen da komm runter nicht ach wieder die Taschen voll so komm runter rauf rauf meine ich ich glaube ich gehe jetzt gerade den längeren Weg aber egal da ist es ja ich habe hier was zu verticken du arbeitest hart wie ich sehe tja so kaufst du nun was oder nicht ja ich kaufe jetzt mal hier diese Kohlelaterne 60 Sekunden Leuchtdauer wenn Funzio ja das glaube ich wirklich dass meine Funzio verbessert wird ja möchte ich jetzt kaufen das sind noch normale Laternen können wir auch welche davon mitnehmen und ähm äh ah ok so die wollen wir nicht so ich will ähm ok kann man tatsächlich hier kann ich hier auch wieder mitnehmen ne gut also kann ich dann ähm irgendwo ich nicht rankomme die hinbauen und äh kommen dann wieder hoch dann nehmen wir hier eine Laterne hin da ist schon einer da braucht es auch keine wo da braucht es auch immer mehr das ist ja da da